Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Anzugs-Session. Wir spielen ein brandneues Spiel, welches am 4. August rausgekommen ist. Und man kann bei Steam eine Demo runterladen und zum Chefkoch werden. Wir befinden uns hier jetzt im Menü. Create Profile Start. Starten wir. Und ja, manche wissen vielleicht, dass ich früher als Bäcker gearbeitet habe. Und jetzt werde ich mal zum Koch. Ich werde bestimmt einer der besten Köche mit meiner Experience. So, wo bin ich? Da oben. Oh yes, rot bin ich. Hier kann ich Farbe auswählen. Ich bin ein grüner Koch. Das ist, so viel steht fest. Oh cool, okay. Die Engine gefällt mir. Können wir eigentlich, gibt es die Musik? Ich spiele übrigens am Controller. Also das funktioniert. So, hier scheine ich in der Küche zu sein. Was ist das hier? Kühlschrank. Auf den Grill damit. Teller, Chiki. Ein richtiger Bäcker ist schnell. Oh! Verbrannt. Okay, verstanden. Was ist das hier? Die kommen jetzt wahrscheinlich dann. Ich vermute, dass die da kommen. Okay, warte mal. Ich denke, ich muss hier raus. Und hier irgendwas machen. Wahrscheinlich einen Menüplan herstellen. Oder irgendwie so. Steak. Okay, die können dann Steaks kaufen wahrscheinlich am Anfang. Was ist das? City. Keine Ahnung, ich mach mal so. Floorplane. Dort ist noch ein Lager. Okay, das taugt mir schon mal jetzt. Das Spiel. Okay, fangen wir an. Also anscheinend müssen wir nur Steaks hier herstellen am Anfang. Die Katzen warten auch auf Essen. So wie ich das sehe. Probieren wir mal für die Katze was. Hier. Freeze. Und stirb. Was? Was steht dort? Ah, okay. Okay. So. Guck jetzt mal, ob ich zwei drauflegen kann. Opa. Kann ich hier zwei? Nee, eins noch. Andere Tische habe ich nicht zum Ablegen. Okay. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier reingehen. Da steht hier Start to Begin. Okay. Ah. Medium. Twice for Medium. And three times for Well Done. Okay. Alles klar. Okay, let's go. Wo sind meine Teller? Hey, hey, hey. Chill mal. Wie kann ich den Teller nehmen? Will den Teller nehmen? Teller nehmen. Rookkeeper mit. Wie starte ich hier? Ah, Start D hier. Okay, let's go. Zack, zack. Zack, zack. Eins. Zwei. Zack. In der Zeit renne ich schnell raus. Paschaun nacho. Okay. Nein, der sitzt noch. Okay, zwei. Medium. Kann ich hier noch einen Teller? Ja. Ja. Was ist denn jetzt hier? Was will er? Digi, was willst du? Ah. Okay. Okay, der ist jetzt schon zu Abfall. Okay, der will einen normalen. Okay, let's go. Den legen wir schon mal drauf. Hier, Fries. Ach. Hier ist Baby. Ah, Teller. Was willst du? Was wollen? Was wollen? Hallo? Okay. Passt, habe ich schon. Das habe ich schon für dich. Zack. Fries. Okay. Okay, was wollen die? Aha. Ja, es ist noch nicht mehr. Okay, der eine will so einen normalen. Fries. Oh, okay. Das spielt oder was? Ah, yes, Baby. Mach mal drei verschiedene einfach. Oh, yes, Baby. 25. 25 Eiros habe ich verdient. Am Tag. Oh, was habe ich hier? Was? Blueprint. Okay, und was? Was ist das? Check ich nicht. Special Menüs. Okay, verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie ich die baue. 60. 20. Was ist das? Was? Spüle. Wie hat man sich hier die Spüle? Noch eine Spüle hintun. Wie baut man die? Upgrade. Oder was? Upgradeable. Checkst du, wie man das macht? Ah, hier. Mit L2 macht man das. Drehen, bitte. Bitte drehen. Nein, drehen. Ah, jetzt. Wie viel haben wir? Fünf. Cool. Gefällt mir. Okay. Wie können wir das wegräumen? Fünf Euro kostet das. Was ist das? Noch eine? Oh, passt. Perfekt. Okay, starten. Gefällt mir. Das Spiel. Ich verstehe bloß nicht, wie ich die hier da annehme. Also, weil... Aha. Okay, passt. Okay, das ist jetzt eine schwarze. Kommt, Leute. Kommt, Leute. Dann ziehe ich mal kurz. Da geht aber schnell wieder. für brand wieder. Komm, 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 komm. Wie macht man das? Quadrat, glaube ich! Oh... Da ist meiner schon fertig. Perfekt. So, die Teller müssen wir weg iTunes demonstrieren. mit wasch so geliebt hat das muss man selber waschen okay krass ich muss selber abwaschen krass okay brav mein zweier komm 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 oh jas baby oh jas baby das spiel gefällt mir zack abwasch komm wasch ab wasch ab wo jetzt baby kommt sofort einmal zweimal hat sich gelohnt als bäcker zu arbeiten dann macht man das sehr effizient so brauchen wir noch 45 manis und was sagen sie wie sie sagen sich ja ihre meinung ins kommentar ins mikrofon also ich finde spiel auch voll geil ich würde es auch spielen okay jelena finde es auch cool table spüle haben wir noch eine braucht man nicht so ist das sowas hier noch mal ein tisch kann man kann man hier okay ich überlege mal noch mal ein bisschen umzustellen nicht unbedingt komplett effektiv würde ich mal suche kann man das eigentlich hier auch herausstellen ja so mache das dieses nicht so effektiv das ist so sind wir schneller dran so perfekt hier nehmen wir die tasten hier ist noch einer hier ist noch eine und hier würde ich dann abspülen und hier machen wir mal müll sieben ok let's go immer schon mal hin vielleicht braucht er das ja gefällt mir das spiel ja musik wäre cool ok du brauchst einen dunklen so geschirr nehmen wir mit passt passt so ok jetzt einmal normal kommt sofort einmal perfekt wieso wieso liegt er nicht hin ich habe einen falschen hingeliegt aber ich habe einen falschen hingeliegt schnell blatt die gaben kommen kann ich das ablegen halte ich kann es nicht ablegen oder der braucht einen vor passt schnell und jetzt baby das sieht man dass ich in der bäckerei gearbeitet habe also finde ich merkt man schon jetzt baby chef koch cool man kriegt jetzt hier noch irgendwelche upgrades okay was ist das jetzt müssen oh ich kann jetzt chips machen ok kartoschka machen was ist passiert ok der tag hat irgendwie automatisch gestartet ok perfekt ah pommes will er noch spinnst wohl so und wo kriege ich die pommes ja kartoschka wie kriege ich die pommes hin mit was mache ich die pommes tot game over ok level 1 wir kriegen jetzt irgendwie zeich ok und jetzt wie von vorne los das ist was neues nämlich hier neue sachen also das spiel ist cool und muss ich halt rein fuchsen hier also man kann hier echt viel zeug machen ich würde mal sagen für diese anzog session passt es schreibt deine meinung in die kommentare abonniere ansonsten den kanal und wir sehen uns in weiteren videos abonniere ansonsten den kanal und wir sehen uns in die kommentare abonniere ansonsten den kanal und wir sehen uns in die kommentare abonniere 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 abonni